Ja, was denn? Oh Gott. Ja, herzlich willkommen zurück zu H1Z1. Wir haben gesagt, wir sind mutig. Wir wollen jetzt unseren Shelter bauen. Hallo, zusammen. Genau, Sakrit an meiner Seite. Wie gehabt, wir haben jetzt beschlossen... Was heißt wir? Eigentlich habe ich beschlossen und Sakrit hat Lauf vor. Also ich habe gesagt, eh, ne, wo? Und er sagt, Lauf vor. Ich habe sogar Licht dort hinten zu bauen. Geradeaus drauf zu durchs Wasser durch. Weil hier... Oder hier rechts auf dem Hügel? Rechts auf dem Hügel würde auch gehen, ne? Auf der kleinen Insel. Was hältst du denn davon? Ja, Männer haben bei einem Richtung... Links, unten. Ne, hier will ich nicht bauen. Jetzt haben wir ein Problem. Warum? Lauf einfach weiter, lauf weiter, lauf weiter. Oh, fuck. Wir müssen die schnellen abgrenzen von denen langsam. Das sind, glaube ich, nur drei Stück oder so. Den Rest werden wir los. Also, wo wolltest du bauen? Hier oder da? Ja, auf der Rückseite hier jetzt, ja. Da, wo das Auto vielleicht steht. So, okay, wir haben... ...drei Stück. Und wir haben vor allem noch Holz zum Nachbauen. Hier haben wir. Ich habe nur drei Pfeile, sagt er mir gerade. Was hat der für glühende Augen? Es ist nachts. Ich bereue es gerade. Ich auch, ich laufe. Scheiße, ich muss auch laufen. Ich blut, das ist das Schlimmere. Ich auch. Mania bleeding und, äh... Heilige Kacke. Nein, nachts rauszugehen, nicht schön. Mut, scheiß auf Mut. Okay, scheiß auf Mut. Ihr habt es gehört, Leute. Wir nehmen gleich hier vorne das erste große Haus, ja? Ich habe nur noch 19%. Oh Gott. Was haben wir uns dabei gedacht? Haben wir überhaupt gedacht? Ja, die waren so langsam am Anfang los. Vor allem war da keine Horde in der Nähe. Ja. Oh nein. Ja, gut, wir sind reingelaufen. Ey, sobald ich hier unten drinne bin, ich habe noch 17% Leben. So, die Tür ist... ...links, ne? Genau. Komm rein. So. Komm rein. Gut, wir sind hier erstmal safe. Ich muss mich verbindieren. Äh, wo, wo, wo? Sag nicht, ich habe keine Bandage mehr. Doch, da oben. Oh, ich hoffe zu bluten. Oh Gott. Ja, das hat weh getan. Das hat richtig weh getan. Oh, fuck. Ja, liebe Leute, wir wollen uns aufs Dach verkrümeln, warten, bis Tagesanbruch ist und die Lichtkamera wieder anmachen. Also, bringt ja nicht viel. Wir machen hier mal, glaube ich, einen kurzen Schnitt. Wir gehen hier nicht mehr raus. Das war ja... Das war, äh, epic fail, wie man so schön sagt. Wir gehen, wir gehen hoch und, äh, looten hier vielleicht nochmal durch. Vielleicht finden wir noch was Schickes. Wenn der Herr hier endlich die Tür aufkriegt. So. Genau. Und wir schalten ein, wenn wir losgehen, das Schalter bauen. Ähm. Hust. Bis nachher. Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, armer Jung. Kamera ist wieder an. Können wir ihn so... Wartet mal. Ich habe ihn gerade gedingst, dachte er. Ist okay. Ach so, jetzt hat er... Ich habe ihn gedingst. So. Es ist Tagesanbruch. Die Horde ist hoffentlich langsamer geworden. Meinst du? Einer ist schnell. Ein Polizist. Der ist hinter... Oh! Wohin? Wow! Ja, jetzt, jetzt das gleiche nochmal. Nein, Katja. Wohin? Nein, wir gehen geradeaus rüber, übers Wasser. Ja, okay? Okay. Wow! Wie viele Zombies! Wie du den gleichen Fehler nochmal machst, Elvis. Ja, ich habe gedacht, die sind mittlerweile sich verstreuen gegangen oder so. Ich habe auch nicht dran gedacht. Vorsicht! Nicht stehen bleiben. Wir laufen auf den Wolf zu, ne? Der Schweinehund kriegt mich. Hast du dich nicht bandagiert in der Zeit? Doch, ich war bei 80%. Der hat mich dreimal gehauen. Oh nein. Was hast du jetzt getan? Hast du geschossen? Natürlich habe ich geschossen. Ich will die Rifle diesmal haben. So, die... Oh Gott, das kriege ich alles wieder nicht mit, ne? Ja, nochmal. Grrrr. Das war blöd. Nee, geht nicht. Das ist oder? Okay, scheiße. Mach einfach weiter. Ja, ja, ich mach weiter. Ich mach weiter. Ich versuche jetzt irgendwo... War deine... War deine Waffe geladen? Ja, schon. Ja. Einen Schuss aber, ne? Denk kommst du nicht hin. Das Problem ist, ich habe gerade Unmengen Wölfe hier. Oh nein. Bad nein. Du... Die gehen alle auf den Wolf zu. Ich versuche jetzt erstmal einen kleinen Ruhepunkt. Oh, jetzt kommt da auch noch ein Bär oder was? Dann guck mal, dass du in Sicherheit bist. Ja. Soll ich den Schältet dann gleich bauen? Oder soll ich ihn auf dich warten? Nee, auf jeden Fall bauen. Oh, ist der hartnäckig. Ist der hartnäckig. Das habe ich natürlich auch erstmal mit dem Bogen weggeschmissen, damit ich dein... ...Rifle nehmen kann. Das war nicht Glück. Ehrlich gesagt. Ah, Gott. Okay, hier steht auch eine Base. Da ist sogar ein Spieler drauf. Ist der immer noch hinter mir? Ist irgendwie gar nicht so einfach. Wow. Krass. Da höre ich mich erstmal erschreckt. Ja, jetzt hat man die ganzen Utansilien. Kann den Schalter bauen und dann doch irgendwie nicht. Man wird immer wieder irgendwie... ...äh... ...verdroschen. Also, du kannst bauen. Ich komm nach. Okay. Ähm, ich... ...denke, ich werde es hier unten bauen. Das klingt total bescheuert. Aber ich baue unten an der Brücke. Alter, ist das laut, das Ding. Wow. Ich hab gerade mit der Rifle geschossen. Alter Vater. Ist das Ding laut? Erstmal gucken, ob irgendwas kommt. Craft. Äh, das ist der Backframe. Da. Craft. Äh. Äh, was macht er hier? Oh Gott, ist das Ding groß? Ist das Ding groß? Ach, jetzt bin ich neidisch. Ähm. Dass ich das Ding nicht sehen kann. Ich bin nur gerade überlegen, ob ich das wirklich will. Hier an der Stelle. Nein, so gut. Nein. Place. Placement is cancelled? Why? So, jetzt nicht. Wir brauchen ein Fundament dafür. Okay. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen ein Fundament dafür. Also wirklich sitzen kann ich es nicht. Okay, und wieso? Ich weiß nicht, es ist einfach rot. Es ist gerade echt mega schwierig. Ich weiß nicht, warum ich nicht sitzen kann. Okay, ich hau da erstmal ab. Ich bin ja schon weit weg. Ja, ich meine, ich meinte das Ding. Ich denke, du brauchst tatsächlich diesen Fundament. Hast du gesehen, dass er da dieses Ding gebaut hat? Und da drauf dieses Haus. Wo ich gesagt habe, lass drauf sitzen. Das kann natürlich sein. Dann gehe ich jetzt... Das er zuerst von deinem... Genau, dann gehe ich jetzt mal ein Stück raus aus der Stadt und... Habe ich die Axt wenigstens behalten? Ja, ne? Dann werde ich mal mit der Axt, äh, so ein Fundament bauen. Wahrscheinlich braucht man das Fundament, um das zu begradigen oder so. Ich würde halt gerne am Wasser bauen. Ich glaube, ich habe unserem Nachbarn gerade eine riesen Zombie-Horde eingebrockt. Ich will nämlich gerade schießen. Okay. Wow. Ja, ich werde hier oben in dem Wald jetzt mal ein bisschen Holz schlagen. Okay, aber vor allem unserem Nachbarn. Also hast du entschlossen, dich da niederzulassen? Äh, ja. Zumindest in der Nähe wollte ich mich niederlassen. Das Problem ist nur, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß auch nicht, was man braucht für Fundamente jetzt, na? Wenn ich acht Woodplanks, dann könnte ich so ein Shake bauen. Oder ein Shack. Ähm, das braucht was? Wie viele Sheets habe ich noch? Drei. Habe ich auch noch Nägel? Habe ich noch Nägel? Ich habe keine Nägel mehr. Aber ich müsste doch noch Skrip-Nedal haben, oder nicht? Oh man, no! Na toll, zwei Stück. Ah, okay. Gut. Von den Fundamenten sehe ich jetzt hier unten nichts. Upper Level. Das ist bestimmt nur ein Upgrade. Von dem normalen Shelter. Glaub mir. Okay. Ich hätte den hier bauen müssen. Large Shelter, ach, davon. Genau. Und ich habe den Upper Level. Das heißt, im Prinzip, ein normaler Shelter kann damit aufgewertet werden. Ja, hoffentlich. Aber dafür habe ich nicht mehr genug Zeugs. Ich habe wirklich nur das Upgrade gekauft. Beziehung. Ach, okay. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Okay, das Ding, was ich gekauft habe, ist ein... Oder gebaut habe, ist im Prinzip die nächste Etage. Das kann ich auf dem normalen Shelter draufsetzen. Ach, du hast die erste Etage. Ja, richtig, genau. So, das heißt, ich brauche acht davon. Dann acht davon. Ich muss wieder in die Stadt looten. Hilft nix. Können wir noch von diesen... Ich glaube, ich habe davon keine Männer von diesem... Ach Gott, wie heißen die denn? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das kann man auch mal wegschmeißen. Hier, diesen... Ach, da. Bracket Frames. Scrap Metal brauche ich dafür. Ja, ich muss definitiv in die Stadt looten. Hilft nix. Wo bist du denn? Hm. Oh, da ist ein Bär umgefallen. Einfach so, ne? Ja. Den muss ich mir überholen. Der sieht doch echt lecker aus. Na toll, wie er nichts gegeben hat. Nichts. Was ein Egoisten-Bär. Ja gut, ähm. Werde ich wieder reinmarschieren in die Stadt. Hilft ja nichts. Also neue Scrap Metal, neue Metallsheets. Jeweils acht Stück von jeder Sorte brauche ich. Acht Wood Planks habe ich. Acht Metallsheets. Acht Scrap Metal-Dinge. Das wird ne Weile dauern. Und du bist jetzt genau wo? Und ich suche. Okay. Man muss ja das Ganze ausnutzen. Das ist natürlich total blöd. Mhm. Mhm. Dass ich abgetan bin, ist blöd. Bitte? Dass ich gestorben bin, ist nicht schön. Ja. Das hast du mal gleich gesagt, als er dich getroffen hat. Die Braut. Äh. Pumpe for the win. Ich meine, ich musste ja auch schießen. Ging gar nicht anders. Pfeile alle. Und das kleine Biest, das war ziemlich schnell. Ja, du versuchst jetzt nach Cranberry zu kommen, würde ich sagen. Und der rennt mir hier in der Boxershorts hinterher in der herzlichen Glückwunsch. Und dann würde ich sagen, sobald ich den Normalteil habe, Shelter, zum x-ten Mal, schalten wir wieder ein. Oh, Mann, ey. Mein Sakrat. Ja, voll schön. Das ist doch doof. Ich habe mich einmal umgedreht. Nur einmal. Oh. Okay. Das klingt so gruselig, diese Rehe, ne? Als wenn die mit Stöckelschuhen hier durch die Gegend wandern. Mhm. Also primäres Ziel. Autowracks. Autowracks. Wie viel Platz habe ich überhaupt noch? Macht das überhaupt Sinn, Autowracks zu loten? 600 hätte ich noch ganz grob. Das kriegen wir dann nicht hoch. Die essen wir mal fix. Ach, Quatsch. Passt nicht mehr. Ne, das ist auch zu viel. Oh Gott. Crancid weg. Moment. Fangen wir das Ducktyp da rein. Gut. Alter Schwede. Ja gut. Ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Dummer als geplant. Mal wieder. Auch bei Tagesanbruch kann man sterben. Und dann würde ich sagen, schalte ich ein, sobald ich den zweiten Teil oder den ersten Teil der Shelders fertig habe und wir dann kurz vorm Setzen sind, bis wir es dann endlich mal gepackt haben. Alter Schwede. Das Spiel wird komplizierter als erwartet, aber trotzdem geil. Ich feiere es trotzdem extrem. Ja. Hammer. Gut. Wie gesagt, Kamera geht später wieder an und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss.